Sag mal, was Kinderrechte sind. Wer bist du denn überhaupt? Ich bin der Sebastian, ich arbeite für UNICEF und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Kinderrechten. Was sind denn Kinderrechte? Das sind Rechte, die nur Kinder haben. Zum Beispiel, dass sie eine gute Schulbildung bekommen oder dass sie in der Erziehung nicht geschlagen werden dürfen. Und diese Rechte stehen alle hier drin. Sag mal, die drei wichtigsten Kinderrechte. Alle Kinder sind gleich viel wert. Alle Kinder müssen vor Gewalt geschützt werden. Alle Kinder haben das Recht, ihre Meinung frei zu äußern. Die anderen 51 sind übrigens genauso wichtig. Wieso sind Kinderrechte denn so wichtig? Weil die Kinder sich nicht selbst werden können. Und die Kinderrechte schützen die Kinder. Dann können die richtig gut aufwachsen. Dankeschön, tschüss! Tschüss!